Was geht ab YouTube? Ich hoffe euch allen geht's gut. Ich bin hier auf der linken Seite mit dem Fortnite-Profi-Skandal. Er ist der beste Fortnite-Spieler von ganz Icon 5. Es gibt keinen besseren. Holt mir wen ihr wollt, er ist der beste. Aber da ich noch besser bin, weil ich ja noch besser als Skandal bin, machen wir heute eine Fortnite-Challenge aus drei Disziplinen. Disziplin 1 ist epischer Sieg. Disziplin 2 ist, wer schafft es am längsten ohne einen Kill zu überleben. Und Disziplin 3 ist einfach Kill-Challenge. Genau, wer die meisten Kills macht. Okay, let's go. Eigentlich sehr dumm, bei dieser Challenge startzulanden, weil da immer die meisten Leute sind. Boah, das ist Cheat, Bruder. Was denn? Chillt. Oh, bei der Challenge auf jeden Fall. Also, damit ihr wisst, er muss am längsten überleben. Es geht um Überleben ohne ein Kill. Überleben ohne Kills, ne? Ohne Kills-Chatt, ne? Wala, was war das? Ich wollte gerade Schlägerei machen, Waller. Wo kam das jetzt? Waller, keine Ahnung. Von Spiel, also. Ich hoffe, meine Mutter, ich dachte, ich muss jetzt hochgehen und Schlägerei machen. Du warst gerade richtig so im Film, ne? Du dachtest, scheiße, was passiert hier gerade? Oder ich dachte, wir waren zu laut, jemand runtergekommen oder so. Auf meine Mutter, ich wollte gerade beleidigen. Ich dachte, einer kommt am Fenster. Ich dachte, jetzt gibt es die richtige A-Fisch-Halle-Mutter-Bark-Fighten. Das Ding ist, Chat, ihr dürft halt nicht vergessen. Waller, Biller, was ist das? Was denn? Hast du das nicht gehört? Doch, Bruder, aber was schiebst du dir so für Filme, Digga? Das kommt vom Spiel. Waller, das ist doch nicht mit Spiel, Bruder. Du hast voll Paranoia. Bruder, ich hab mich erschrocken, Bruder. Ey, aber warum ist das so laut? Ja, weil wir auf lautsteste Lautcheck haben. Das Ding ist, einer steht vor der Tür? Nein, kann ja nicht sein. Warum? War das so laut? Bist du verrückt, Bruder? Das ist vor der Tür, oder nicht? Klopft das gerade? Klopft das gerade? Nein. Das klopft gerade. Waller, das klopft richtig laut. Warte mal, wir sind... Das weißt du, wer das ist? Das ist Ivo, der Schäppling im Discord. Wie dreckig Ivo ist, und Anna sagt, er war das nicht. Weißt du, was ich nur krass finde? Was ich einfach kein Gen-Life finde. 28 Leute nur noch. Jetzt beginnt die geilste Phase. Wo sind die Gegner? Oh, ich sag dir, jetzt geht's los, Baby. Ah, da ist der, der macht miese Auge. Boom. 7 Leute nur noch, Bruder. 7 Leute. Ich glaub, du schaffst das diesmal. 0 Kills? Ich glaub, nein, nein, dass du gewinnst. 0 Kills wär schon echt phänomenal mit epischen, ne? Ich glaub, du schaffst das. Weil du hast 6 von diesen Dingern. Du hast Gleiter, du hast Schild. Du hast Medikits. Weißt du, du kannst in Zone überleben. Du hast Baba, Loot, Bruder. Alles, was du brauchst. Ich hab's gesagt, er wird's, glaub ich, schaffen. Weißt du, warum? Ich glaub, jemand wird an der Zone sterben. Ich hab das irgendein Gefühl. Er wird's, glaub ich, schaffen. Aha. Okay. Der macht, glaub ich, auch diese Challenge. Oh, 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 oh. Der macht Auge, der macht Auge, der macht Auge. Der schießt gerade ab, der Fuck. Der ist hinter dir, Bruder. Oh, jetzt machen die miese Auge, Bruder. Ey, die betten sich. Oh, hinter dir wird einer gebetet. Oder bin ich dumm? Ey, der ist in der Zone. Oh, mein Gott. Oh. Nein, 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 nein Du darfst sogar meine Disziplin jetzt aussuchen. Meisterkills. Boah, Meisterkills. Okay, da bin ich da weiter. Hier ist jemand. Der ist der geilste Waller. Einfach ganzer Chat schreiben zu laut. Was denn? Boah, der ganze Chat schreiben zu laut. Du sagst einfach, kann nicht sein. Boah, was passiert hier gerade? Das ist mein Ein und Alles, ne? Oha, dicker, ja. Was ist das denn für ein Glück? Geschenkter Kill, drei Kills, bang. Aber irgendjemand hat der angeschossen, da oben. Den hol ich auch noch. Tschüss! Boah, so wie ein Kopfhahn. Oha, B70 wieder! Ja, Bots schon wieder. Jetzt fängt die Geschichte wieder an. Safe war das keine Bot. Das ist auch safe kein Bot. Jetzt fängt die Geschichte wieder mit dem Bots an, Bruder. Ich kann das nicht mehr an bei dir. Ich bin einfach zu schnell, Bruder. Hast du gesehen? Bats! Das war der Tod, Bruder. Guck mal, hier noch einer. Alles gut, Bruder. Guck jetzt da. Zack. Dieser Song ist mein Leben. Ich schwöre, dieser Song ist mein Leben. Jawoll! Sechs Kills, Bruder! Sei mir ehrlich, was denkst du, wie viele Kills ich mache? Oder so wie es aussieht, 12 mit den ganzen Bots da unten. Guck mal. Keine Bots, oder? Das sind Bots, ja, ja. Aber der nicht. Ja, der stimmt. Ist der Song schon draußen leider nicht. Das war kein Bot. Aber, Bruder, die sind grad echt schlecht, die Gegner, ne? Der Song hat auch schon 20.000 Aufrufe. Waaah, ihr seid die Klasse. Wuuuuh! Ihr seid echt die Klasse. Oder was sind das für Bots, Digga, bitte, ja? Wuuuuh! Valla, was geht da ab, Bruder, ja? Das sind keine Bots. Ich lass die Bots aussehen. Zehn Kills, Bruder! Sag, was du willst. Mir egal. Wer? Warte mal. Warte, 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 warte. Was sind die, Bruder? Ja! Oh mein Gott, war das knapp! Oh mein Gott, war das knapp! Oh mein Gott, war das knapp! 13 Kills ist krass, ich schwöre, oder? Mach keine Augen, Bruder! Wuuuhuhuhu! Nein! Ich hab wieder einen Wund, du brauchst gar nicht, dich zu verstrecken. Wuuuhu! Wuuuhu! 15 Kills, Bruni! Wala! Die Kills gehört mir, Bruder! Da oben, oben, oben! Hinter dir! Wo? Wo hinter dir? Wala krass! Ich dachte, der wär hinter dir! Ich dachte, der wär hinter dir! Ich dachte, ich schütze mich hinter dir! Oh, scheiße! Wala, ihr entscheidet, ob das auch alles so ist! Was denkt ihr denn, Chad? Warte, macht diese mal gleich bitte nach Endkampf! Bitte! Chad, warte! Lass diese nach Endkampf besprechen! Wala! Bitte! Warte! Warte, das ist grad ein epischer Moment für den Cutter! Wer braucht den unbedingt! Der da oben ist gestorben! Ich werde Deutschlandreise machen, Chad! Einfach überfahren! Der fliegt da runter! Leckt der Wagen nicht hoch! Ja, der gehört mir. Normal gehört der dir. Ja! GG, Alter. 16 Kills, Bruder! Episch, ne? Boah. Was ist das, Digga? Oh, nee! Oh, Bot, Bot, ist kein Bot, ne? Na, nee, ist nicht gegangen, der. Oh, nee, da ist auch einer. Was willst du da machen, Bruder? Ich geb dir noch eine Chance. Der hat mir einfach einen Shot gegeben. Alles gut, Bruder. Leute wie du brauchen zwei Anläufe, Bruder, ich versteh das. Bruder, ich sag dir ehrlich, aber ich find auch, wir müssen immer in der nächsten Runde einmal sterben. Alles gut, Bruder. Und danach so spielen, find ich, Wallah. Alles gut, alles gut. Glaub mir. Alles gut, alles gut. Mein Gott. Ich versteh das, Bruder. Weißt du, was ich mein? Weil wenn du nach mir spielst, kannst du nur verlieren. So, Bruder. 16 Kills, Bruder. Wer soll da mithalten? Der Einzige, der das schafft kann, bin ich. Nur ich. Der Block hier macht ein Sonn, als Kind nur Asphalt. Wir sind Jungs aus dem Ghetto. Bruder, wie geht's so was? Bruder, das war knapp. Das war knapp, Bruder. Der ist auf Struggle. Der ist auf Struggle, Bruder. Er sagt doch, du bist nicht mehr so gut, Bruder. Ich bin besser als Yprove, ultimately. Wenn ich mal nur so 경찰, wie du, Bruder. Die da einfach nur so rumlaufen, wie keiner. Glaub mir, Bruder, das ist, weil ich die Frühjahrsierung früher anhäte, Bruder. Ich hab die zu krass wegrasiert, Bruder. Guck mal, du rennst einfach vor dem Weg. Ich geh in den Reihen, Bruder, weißt du, wie ich mein? Bruder, guck dir das an, oh Allah. Ist vorbei! Ja! Das ist unfassbar, oh Allah. Oh Allah, krass. Bruder, ich versteh das, Bruder. Ja. Äh, was soll ich, äh, weil du bist dran. Alles gut, Bruder. Ich spiel nochmal. Ich spiel du mal. Jetzt kann sogar sein, dass es einfacher wird. Nein, ohne Spaß, jetzt ist es einfacher, wirklich. Alles gut, mach. Wieder 85, selbe Zahlen. Mach, 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 wirklich, 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 alles gut, ich bin mit dir, Bruder, ich versteh dich. Wallah, wenn der nur einmal so Gegner bekommt. Ich versteh dich, Bruder. Aufsteigt aus dem Dach, alle Träume verbrannt, unsere Herzen sind kalt hier im Brennpunkt. Ich merk jetzt schon, das wird wieder hier eine ganz schnelle Runde gehen. Na booooh, Bruder, ich freu mich. Da sing es, der Skandal muss den Hotchip dann essen. Ja, der, ja, der macht Kasse auf sogar, Bruder, und du erzählst mir was vom Bots? Bruder. Egal, du musst Äpfchen holen, Bruder. Alles andere ist mir egal. Mach den Kill, aber du musst ein Äpfchen holen, Bruder, weißt du, was ich mein? Bruder, ein Aim hat er aber auch gerade nach Hilfe geschrieben, ne? Puh. Macht gar keinen Sinn, Bruder, oh Allah. Ich hoffe alles. Ich krieg weder Waffen, weder Blue Life. Ich werde jede Runde hier verlieren. Ich könnte es sogar nochmal machen, ich glaub, ich werde wieder sterben. Welcher Platz bin ich? 89er diesmal. Wallah, Bruder, ich war, glaub ich, noch nie in meinem Leben so schlecht im Fortnite. Ist egal, Bruder. Mit dem Rücken an der Wand, lernt die Dinge mit Gewalt, Schüsse fallen, im Anzug von Gänzo. Warte, du machst jetzt Kill Challenge, oder was machst du? Ja, klar. Ja, ne, du hast dann so viele Runden, ich weiß gar nicht mehr, was du machen willst. Ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt hier wieder sterbe, Bruder, dann zock ich nicht. Hihi, der lila Bolli. Abo. Und das sieht wieder so aus, Bruder, ne? Komm schon. Oh, mein Gott. Kill Challenge fängt ja schon mal super an, Bruder. Ey, Bruder, was geht hier ab? Jaaa. Die Runde gehört mir wieder. Die Runde gehört mir. Ey, Bruder, das kann doch aber nicht sein, dass ich die ganze Zeit einfach... Bruder, aber du landest auch schlecht, Bruder. Ja, Bruder, jetzt aber du musst doch so zentral landen, Bruder. Aber noch nicht so zentral. Wenn von Himmel Musche fällt, auf mein Kopf fällt Schwanz. Ich brauche langsam ehrlich leben. Ich brauche langsam ehrlich leben. Bruder, was habe ich hier für Aho, Scharmota Gegner, Bruder? Bruder, der Kill war miese krass. Aboala, was habe ich hier für Gegner, Bruder? Hier ist ja gar keiner so... Ja, ne, dass man sagen kann, Bruder, chill. Du musst hier so... Und Ruhe. Ey, Bruder, du brauchst doch 15 Kills, ne? Es leben nur noch 60. Ja, aber du gesagt, epische diese Runde. Zu dem Zeitpunkt hat sich 6... Wie epische? Ja, mach epischen. Bruder, mach was du willst, weil im Endeffekt, Bruder... Ich will nicht, dass du noch eine sechste Runde machst, weißt du? Der war doch gerade einer. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da ist der Bot, da ist der Bot, keine Sorge. Oh, doch nicht! Okay, 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 der war stark, der war stark, der war stark. Der war sehr gut. Und noch einer, komm. Heute alle betteln sich nur bei dir. Die wollen alle nur da sich killen, wo du bist. Oh! Oh! Nochmal! Wow! Wow, Bruder, der Kill hatte Steal, Bruder. Der Kill hatte Steal, Bruder. Nimm doch diese Automaten, Bruder, diese Heal-Automaten. Wenn du überhaupt so weit kommst. Ja, komm, komm, komm! Ja, Medikit! Ah, ne, so weit kommst du eh nicht, alles gut. Lass liegen für den nächsten, Bruder, glaub mir. Nein! Ja! Ja! Oh Allah! Jeder Gegner war krass! Ich war auf Koran, da war keiner, wo ich sagen kann, geht! Jeder Gegner! Ey, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden aus der Zone kicke und der dann, äh, krieg ich dann nicht einen Kill? Nein! Warum? Ich glaube nicht. Aber was ist denn? Werden wir das trotzdem? Nein, das ist verloren. Oha! Kennst du das nicht? Warte, wenn ich jetzt den Bot hole, zählt das als Kill für mich? Nein, ne? Ich glaube nicht, ne? Egal. Wenn, wenn das so ist, dann ist das halt leider so. Hä, wo ist mein Mate? Aha! Wallah! Geil! Dann lass mal diese Kill, mein Bruder, komm mal mit. Lass die mal hier kurz killen. Räum mal hier auf. Was passiert? Wallah! Ich hab leider nicht gesehen. Ich wurde einfach gesnipet. Nein! Aus dem Nirgendwo. Oh, Wallah geil. Mit einem Schuss? Wallah geil. Ach, wenn die Maske irgendwann mal fällt auf der Reise, heißt es nicht, dass ich irgendwie ein Gesicht zeige. Was machst du jetzt für eine Challenge? Boah, frage ich mich gerade auch. Kill oder, äh, episch? Du musst Kill-Challenge eigentlich mal Wallah. Ihr Freak. Bruder, guck mal Wallah. 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 Wallah, ich spiel nicht mehr. Auf Koran, ich spiel nicht mehr. Also... Nein, war nur eine Runde. Wallah, ich hab keinen Bock mehr, Bruder Wallah. Diese ganzen Runden machen gar keinen Spaß mehr, Wallah. Das war jetzt jede Runde so, wo ich hab keine Kraft mehr. Hätt ich lieber dreimal abgehauen gespielt, wäre besser gewesen. Setz im RS, gib Kiki im RS. Sie liebt den RS, sie liebt Just OTS. Der Skandal, der hat verloren und der muss jetzt die Hotchip-Challenge machen. Ne? Und der Skandal sagt, er kann scharf, richtig gut vertragen. Wir müssen jetzt aber irgendwie den Chat versprechen, dass wir den Chip essen, ne? Wie? Die sehen das ja nicht, wie ich den jetzt esse. Wer sieht das nicht? Der Chat. Also keiner sieht das jetzt auch in der Kamera. Warum? Ich muss mich doch umdrehen, Bruder. Du machst mit dem Sound, dass du das in deinem Mund tust. Versprochen, M. Also 100% Garantie. Kau erst, soweit du hier willst. Okay, alles gut. Sag ich dir ehrlich, Bruder. Der krasseste, der das vertragen hat, war Vito. Mal nach diese. Vielleicht brennt das nicht auf Zunge, aber diese brennt auf Pott. Diese wird 100%. Das knallt! Weil ich mich nur verschluckt habe, Wallah. Aber diese wird auf Pott gleich richtig brennen. Wallah. Bruder, das hatte ich glaube ich einfach in meine Luftröhre. Was? Man sieht mich nicht, ne? Nein. Das ist der ehrliche Scharf, Bruder. Ist okay, Bruder, Wallah. Aber ich finde immer, Bruder, wie die machen, ist ein bisschen übertrieben. Also ich vertrag den gar nicht. Was, Bruder? Du spürst gar nichts? Ich sag nicht gar nichts. Der ist übertrieben scharf. Ich finde nur, wie die machen, übertreiben die immer. Dieses, boah, der ist so übertrieben scharf. Das juckt den gar nicht. Die einzige Beschwerde, die der gerade hat, ist, dass der müde ist. Ich glaub, die Weingummis kommen jetzt best. Ich glaub das grad einfach nicht, ne? Der frisst hier einfach Weingummis, als wenn nichts wäre. Andere trinken Milch. Brot. Der ist einfach Weingummis. Juckt den gar nicht. Gebt euch auf jeden Fall den Hotchip nicht. Was soll ich euch sagen? Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Danke, dass ihr da wart. Und ich hab die Challenge verloren. Die nächste Challenge wird aber tausendmal besser. Genau. Wir haben in der nächsten Challenge Folgendes vor. Der Skandal hat mich herausgefordert. Aber ich würde sagen, lass nicht nur Gaming machen. Wir machen auch so drei bis fünf Disziplinen. Die eine Disziplin ist Zocken. Die andere Sport. Die andere IQ. Die andere Schnelligkeit. Irgendwas. Und wir machen das so. Wenn Skandal verliert, muss der Maske ausziehen. Und wenn ich verliere, muss mein Bart grün färben. Blau. Okay. Boah, der hat gescheppert. Der hat nicht gescheppert. Das heißt, das muss sein. Das soll kommen. So. Und ihr könnt die Disziplinen in die Kommentare schreiben. Also ihr entscheidet, was wir machen werden. So. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao ciao."